Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören, du gehörst zu uns von J.P. Delaney, gelesen von Rieke Schmidt und Steffen Groth. Der neue fesselnde Sulla des Bestsellerautors, beklemmend und mitreißend bis zum Schluss. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Pete Es war ein ganz normaler Tag. In einer Reportage oder einem Feature, wie ich sie früher täglich schrieb, hätte mir die Chefredakteurin diesen ersten Satz um die Ohren gehauen. Der Einstieg muss die Leute catchen, Pete, hätte sie gesagt, und mir den Text auf den Schreibtisch gefeuert. Ein Bild muss vor Augen entstehen, eine Szene. Sei dramatisch. Vor allem beim Reisejournalismus muss man sich fühlen, als sei man vor Ort. Also, es war ein ganz normaler Tag in Wilston Green, im Norden von London. Und bis es an der Haustür klingelte, war der Tag wirklich ganz normal gewesen, vom herrlichen Wetter abgesehen. Strahlender Sonnenschein, die Luft wunderbar frisch. An manchen Stellen lag noch ein bisschen Schnee, aber er sah schon so matschig aus, dass nicht mal die Kinder, die in der Acker Road in den Kindergarten strömten, daraus noch Schneebälle machen wollten. Nur eine Sache war merkwürdig an diesem Morgen. Als ich Theo in den Kindergarten brachte, oder vielmehr ihm folgte, weil er auf dem dreiredrigen Roller fuhr, den er von uns zum zweiten Geburtstag bekommen hatte, fielen mir auf der anderen Straßenseite zwei Männer und eine Frau auf, die uns beobachteten. Der eine Mann war wie ich etwa um die dreißig, der andere sicher über fünfzig. Beide trugen dunkle Anzüge und dunkle Wollmäntel. Die Frau, eine Blondine im Alter des jüngeren Mannes, war in einen Kunstfellparker gehüllt, der in ein Nobelskigebiet gepasst hätte. Auf den ersten Blick wirkten die drei zu elegant für diesen Stadtteil von London. Doch dann bemerkte ich den Aktenkoffer in der Hand des älteren Mannes und folgerte, ein Immobilienmakler, der künftigen Kunden den Kindergarten zeigen wollte. Die Jubilee-Line fährt von unserer U-Bahn-Station bis Canary Wharf und heutzutage können sich nicht mal mehr die Banker West Hampstead leisten. An dem Park kam mir etwas vage bekannt vor. Aber dann wurde ich von Jane Tigman abgelenkt, deren Sohn Zack in ihren Armen zappelte und schrie, weil er nicht abgesetzt werden wollte. Jane hatte immer noch nicht kapiert, dass ein Kind lieber selbstständig in den Kindergarten aufbrechen sollte. Wenn man es trägt, erschwert man nur den Moment der Trennung. Dann entdeckte ich ein neues Plakat an der Tür zum Welttag des Buches. Oh Gott, schon wieder ein Kostüm besorgen. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es auch kostenlosen Probe-Abo. Schaut in die Beschreibung, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Das ungekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 11 Stunden und 28 Minuten. Das Hörbuch ist am 17. September 2021 bei der Audio Verlag erschienen. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017